Moin Moin und herzlich willkommen bei Blood and Brain Digital und in einer weiteren Folge Realms of the Haunting. Ähm, ja, ihr werdet euch sicherlich gewundert haben, eventuell, wenn ihr das Ganze hier auf unserem Kanal so up to date verfolgt, dass heute, in diesem Freitag, eine zweite Folge Realms of the Haunting online gegangen ist, und zwar diese hier. Das liegt einfach da dran, für alle, die die anderen, ähm, ja, Reihen von uns nicht verfolgen so, ähm, hauptsächlich. Es liegt einfach da dran, dass wir Realms of the Haunting von letzter Woche vergessen haben, hochzuladen. Das kann ja mal passieren. Das kann ja mal passieren. Bei dem ganzen Stress, der da die letzten Wochen war und dem ganzen Durcheinander, da ist die Freitagsfolge einfach untergegangen. Darum haben wir sie auch heute hochgeladen, zusammen mit halt der neuen Folge jetzt. So, und, äh, ja, darum geht's halt das ganze Spektakel im Doppelpack. Ähm, das ist schon ganz schön viel Irrsinn auf einem Haufen. Äh, vorausgesetzt, äh, in dieser Folge geht's halt genauso rund. Mal sehen. Die letzte war ja schon echt, ähm, echt, äh, sehr speziell. Muss ich, muss ich schon, äh, zugeben, dass, ähm, ja, alles, eine ganz schön wilde Nummer. Ganz schön wilde Nummer. Mal gucken, was, äh, da jetzt so passiert. Ich vermute ja, dass wir uns ja in einem Haus bewegen können jetzt. Dadurch, dass wir ja das Superschwert bekommen haben, was ja scheinbar magische Barrieren durchbrechen kann und so. Äh, ja, was wir ja in dieser, in dieser komischen Dimension unter dem Arbeitszimmer in dem Haus gefunden haben. Was ja auch völlig, meine Fresse, irre. Da ist eine ganze Dimension unter unserem Arbeitshaus, äh, unter unserem Arbeitszimmer im Sarkophag. Mit Himmel und all so ein Kram. Und, äh, ja, wir sind einfach die Treppe runtergegangen, gefallen. Oder waren wir da? Es gab also kein, 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 kein Teleporter oder irgendwie sonstiges, wie er sonst überall da verwendet wird. Teleporter sind ja ganz großes Ding in dem Spiel. Und da ist es halt einfach nur so, zack, Treppe runter, andere Dimensionen. Wow. Das ist völlig, oh, Mann, Mann. Gleichzeitig ist übrigens da unten aber ja auch dieses ganze Höhensystem, wenn wir uns erinnern, ganz am Anfang, als wir da durch den, durch den Geheimgang im Schrank gegangen sind. Das ist ja auch alles da unten. Alles, oh, wow. Es ist alles so wild. Mann, Mann, ey. Also nicht wundern. Es wird schwarz. So, und dann werde ich hier das Spiel mal starten. Ramp-Sound-Ding. Und, zack, da kommt das, der, da habe ich den falschen gedrückt. Mistekiste. Mistekiste. Aber es musste ja mal passieren. Es musste ja mal wieder passieren, dass wir hier den Installer erwischt haben. Aber das wollen wir ja gar nicht. Der heißt halt Lunch-Settings und, ähm, ja, das irritiert den leider immer so ein bisschen. Ich denke so, ah, Lunch-Settings, ja, ja, du willst zum Beispiel ja lunschen und so. Ja, ja, aber es ist halt der Installer denn. Das wollen wir gar nicht. Wir wollen hier hin. Ding. So. Es geht auch direkt schon los mit dem Spaß. Den Drachen drücken wir wie immer weg. Zack. Das Intro auch. Puh, Spielladen. Also, ähm, Test. Genau so das. Und bei YouTube, ne? Da waren wir wieder oben. Genau. Da haben wir unser schönes Schwert. Okay. Ach, naja. Tssst. Ja. Gucken wir mal. Weil ich vermute mal, dass das die ganze Action hier, hier ist. Aha. Oh. Mal gucken, wie viel halten diese aus. Mal testen. Drei Treffer. Also, dafür, dass das Schwert so boah, hohoho ist, ist das irgendwie gar nicht mal so boah, hohohoho. Ich kann mal einen trinken hier. Das ist schon nicht schlecht, aber... Was ist mit dem? Der bleibt jetzt nicht oben. Aber irgendwie... Hm. Was ist mit dem los? Ach, ein dicker Hirn. Nee. So, wollen wir mal schauen. Da hinten ist nämlich... ...versiegelt. Oh. Verdammte Scheiße. Wo ist er hin? Oh. Was? Holy moly. Da ist er hin. Okay. Ein Treffer damit. Natzt die ganz schön. Ähm. Gut. Gut, gut. Ich weiß nicht, ob das gut ist. Ich weiß wirklich nicht, ob das gut ist. Okay. War ja eine Tür eben? Nee. Hm. Die ist auch nichts weiter. Nope. Die Kerzen sind alle aus. Ähm. Okay. Gut. Mal kurz das Headset checken. Ja. Na, das sieht ja alles sehr einladend aus hier. Was ist denn hier passiert? Da hat aber jemand mühsame Kleinarbeit geleistet. Die Ikonografie muss absolut genau sein. Sonst funktioniert es nicht. Ah. Was? Was? Was ist das? Teufel. Scheiße. Verdammte Scheiße. Das ist großartig. Das wäre super. So als Handyton irgendwie. Guck mal, kommt da noch mehr raus? Über welchen Kerzen anzündet hier? Nee. Okay. Scheiße. Verdammte Scheiße. Das ist gut, ey. Oh. Oh. Was ist los? Hier ist noch jemand oder etwas. Es ist weg. Ich muss mir das eingebildet haben. Du sollst dich geirrt haben? Es gibt immer ein erstes Mal. Ach du Heiliger. Wer ist er denn? Das hat sie übersehen? Das hat sie übersehen? Nö, weil es schwer aufgeladen ist. Steckt ein bisschen was ein, der Junge, ja. Ah, will er nicht. Ah, ah. Wo war denn auch nicht? Hm. Gut, wahrscheinlich müssten wir ihn nicht mal töten. Aber mir erscheint es doch irgendwie ein bisschen sicherer, diesen Brocken eventuell aus der Welt geschafft zu haben. Ach. Ich weiß nicht. Es ist so klein, dass man es kaum erkennen kann. Nehmen wir mit. Ha. Das ist ja witzig. Ein kleines Götzenbildchen aus Quarz. Hat er da ein Buch? Ja, hat er. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Es ist so klein, dass man es kaum erkennen kann. Interessant. Hm. Wird hier noch... Ah, da. Äh, 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 äh. Belial war hinter dem Symbol der Reue her. Es muss Bestandteil seines, wie auch immer, gearteten Plans gewesen sein. Aber damit ist es jetzt vorbei. Der Plan könnte etwas mit Florentin zu tun gehabt haben. Er war doch auch hinter dem Symbol der Reue her, oder? Im Mausoleum. Belial, dieses dreckige Stück Scheiße. Dieser linke, eitergesichtige, bösartige Bastard. Ich muss unter allen Umständen zu Ende bringen, was schon vor langer Zeit hätte getan werden sollen. Trotz seines Aussehens ist er immer noch ziemlich von sie eingenommen. Ein Garant dafür, dass er früher oder später einen Fehler macht. Ich kann warten. Was... Was für Stimmungsschwankung. Äh, äh, Adam. Ha, ha, ha. Was... Und... Moment, nochmal. Belial, dieses dreckige Stück Scheiße. Dieser linke, eitergesichtige, bösartige Bastard. Ich muss unter allen Umständen zu Ende bringen, was schon vor langer Zeit hätte getan werden sollen. Trotz seines Aussehens ist er immer noch ziemlich von sie eingenommen. Ein Garant dafür, dass er früher oder später einen Fehler macht. Ich kann warten. Allein statt trotz seines Aussehens. Hat er ihn gerade beleidigt? Und hat er damit den Darsteller quasi... Eitergesichtiger Bastard. Was ist los? Alter Falter, ey. Zünden die richtig, die Kracher hier, ne? Meine Güte. Oh, warte, warte, warte. Achso, ne. Alles gut. Aber speichern können wir mal. Äh, ha, 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 ha. Äh, wow. Wow. Gut, ähm. Sie hat sich also nicht so wirklich geirrt. Das ist... Äh, äh. Aha, da geht's hier wohin? Gut. Wir gucken jetzt mal, wo es hier geht. Ah. Oh, oh. Ne, doch nicht, oder? Ne, okay. Ah, sieht alles so ähnlich aus hier, ne? Und dann diese ganzen leeren Räume hier. Was soll denn das immer? Oh. Was ist hier so los? Äh, wenn es mir nicht Ärger gibt jetzt. Was habe ich gesagt? Oh. Nur mal kurz ein bisschen aufladen. Es war nur einer, ne? Was ist da jetzt aber nicht? Hallo? Was, wenn wir nehmen zu Tisch? Gibt's ja nicht. Oh, pfuh. Oh, 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 oh. Mist, die Kiste. Das reicht nicht. Aber der nächste, der nächste Angriff sollte reichen, glaube ich. Ja. Okay, kommen hier neue Gegner? Nope. Sehr schön. Denn hauen wir nämlich das Zeug direkt mal rein, gleich hier. Ähm, 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 äh. Huch, da. Ich frag mich übrigens, ähm, was ist ja jetzt los? Ich frag mich übrigens, ähm, ob... Ja, ich frag mich übrigens, ähm, da das Zeug ja grün ist hier, ob, ob, äh, Evil Within seine Idee vielleicht... Da ist irgendeine Flüsse... Ja. Ja, ist ja gut. Ähm, seine Idee vielleicht hierher hat? Weil das Zeug, was du da trinkst, um Skillpunkte zu sammeln und alle ganzen Schnickschnack... Ähm... Ist ja auch. Ist ja auch grün. Interessant. Okay, gut, also, das war der Raum. Wir müssen es nochmal kurz abchecken hier. Ne. Gut, hier ist das, hier ist das. Ähm... Hm, ja, wie gesagt, da trinkst du ja auch diese grünen Fläschchen, sammelst sie zusammen und so weiter. Wer, wer... Ich hätt gedacht, das wär ne Falle. Ich hör schon die Geräusche. Oh, ganz schön in den Irrgarten hier unten so, ne? Ähm... Hm, hm. Mal hier gucken. Gott, ich bin erschrocken. Hm. Hier wär's echt schön gewesen, muss ich sagen. Wenn man irgendwie ne... 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 ne Landkarte... Hätte die sich quasi... Ähm... Aha. Es sind wohl kaum Toilettenschilder, ne? Äh, ne Landkarte, die sich so ein bisschen selber ausfüllt. So, wo wir lang gehen und so, ne? Hätte man ja auch storytechnisch gut einbringen können eigentlich. Das war einfach selber. Oh. Das war einfach selber halt, ähm... Ne Landkarte zeigen. Alter. Oh, ho, 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 was? Ja, wie gesagt. Es muss ja keine, keine unglaublich aufwendige Karte sein. Reicht ja auch, wenn die, wenn die relativ simpel gehalten ist. Aber so, dass man weiß, wo man schon war. Die ist absolut fest. Dieses Symbol leuchtet. Ich vermute, es soll verhindern, dass wir hier wieder rauskommen. Oder, dass jemand reinkommt. Ach so. Ja. Ähm, ne? So, so eine typische Dungeon-Dragons-Map vielleicht so mit, mit... Die Räume werden einfach durch Quadrate dargestellt, die Gänge durch Rechtecke. Sowas, ne? Also kein... Kein, uh, 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 mega aufwendigen Geschickschnack. Aber das hätte, glaube ich, schon... ...ne ganze Menge, ähm... ...geholfen. Weil jetzt... Ist offen, gut. Ach so, warte mal, das kommt mir bekannt vor. Ich glaube... ...wenn wir hier lang gehen... Ja, genau, genau. Hier ist ja auch das Schild, was wir gedreht haben und so. Ach, stimmt, wir bauen jetzt... Oh, gut, gut, gut. Ähm... Weil das würde echt gut helfen. Und dann irgendwie die Räume, in denen wir schon waren... Ja, doch, die werden dann irgendwie... ...markiert. Dass wir die schon entdeckt haben. Oder sowas. Ir-irgendwie so. Also das würde schon... Ähm... ...ordentlich helfen. Also hier ist es nochmal drin. Ach, hier war einfach nur ein Durchgang. Naja. Genau, da ist er zu. Hier ging das... ...runter noch, ne? Was ist das? Aha. Hm. Äh. Wir gucken erstmal hier. Ich hab das im Urin, dass das nicht gut wird. Okay, geht's noch weiter runter? Alter Falter, ey. Hm. Gut, wir müssen... ...da hin. Das ist bestimmt eine Spinne. Irgendwie sowas, ne? Also... Äh. Wenn... ...ne? Problem mit Spinnen oder so ähnlichem. Hm. Vielleicht ein bisschen vorspulen oder sowas. Aber die Stimmung ist echt hart gerade. Meine Güte. Okay, da geht's... ...da geht's runter. ...da geht's runter. Würde ich hier sitzen, ja. Hm. Okay. Was soll die Musik? Ich bin verwirrt. So heftige Musik hier auf einmal, aber... ...aber... ...aber... ...gar nichts ist los. Hier können wir wieder irgendwo hoch? Jetzt gucken wir hier nochmal. Nö. Also ich hätte... ...wirklich damit gerechnet, dass hier... ...vor allen Dingen... ...verschwinnen die eigentlich nicht? ...wir machen nur einen Knack, wenn wir wieder laufen. Nö. Okay, ja, ist ja gut. Ist ja gut, okay. Äh. Also seltsam, seltsam. ...verwunden durch die Sieben, die da kommen werden, die Macht des Seinen sich erfüllen wird. ...war denn? ...wunden durch die Sieben? ich hab, ich bin ich hab, also ich muss kurz sammeln ich hab ja schon gesagt, dass das momentan hier völlig, völlig durch die Decke geht und eigentlich nur Außerirdische fehlen aber das hier gerade, das ist ja fast wie so ein, also ja, ich geh schwer davon aus, dass es noch wilder wird aber das gerade ist ja meine Fresse eine Fackel, wie kommt die denn hierher? die Fackel strahlt Magie aus, Adam die Flamme ist magisch, sie brennt schon seit Jahren damit ist auch diese Frage endlich gelöst, die uns seit Folge 1 quält dient es zum Schutz oder zum Beschwören? zum Beschwören, hundertprozentig Indiana Jones seltsame Reliefs irgendein Altar ich habe das dumme Gefühl, diese Reliefs sind keine richtigen Reliefs es scheint, als würden sie sich bewegen ja, äh, Indiana Jones Indiana Jones 2 ok, die Fackel können wir anmachen ja also das ist jetzt aber wirklich mal beeindruckend ob das hier wohl eine Gebetsstätte ist? da bin ich sogar fast sicher na, dann wollen wir mal wie wäre es mit einem Gebet für ein kleines Wunder das uns hier rausholt ja ah, ein Schalter ok, ähm gut wo wir die Steine angrapschen können drei grüne Kristalle sie fühlen sich merkwürdig an das ist ihre magische Energie, Adam sie ist unglaublich stark ach, Weiber was? ach, Weiber ach, Weiber drei grüne Kristalle sie fühlen sich merkwürdig das ist ihre magische ach, Weiber was? äh? Moment warum sagt er das jetzt? sie ist ja nicht so, dass sie irgendwas Falsches gesagt hätte oder so, aber hä? was? ha ha äh können wir das wieder ausmachen? nö diese Musik, ne? die Maske und der Reisende sind eins komm her geh zum Tor ok, ja da können wir wieder wegreisen aber manche manche Titel machen auch gar keinen haben auch gar keinen Sinn irgendwie, ne? von den äh von den Kapiteln mit dem absolut ekligsten was lebt und das nicht gesehen und so und die sind doch so schnell durch die Kapitel irgendwie, ne? das ist ja echt seltsam mal gucken, wo es hingeht achso um den Turm zu belangen du solltest wissen dass du vor dem Turm schließt und du hast recht auf Einlass verfügst öp oh, hä? oh oh, oh, oh shit ich wollte gar nicht zurück wir können mal kurz hier was nachschauen Moment mal war er das eben? Gaul woher wissen wir denn jetzt dass er Gaul heißt? Goal ich möchte wissen welche Rolle er in dieser Sache spielt und was hatte er mit dem grünen Kristall vor den er aus dem Tempel genommen hat? seltsamer Typ unheimliche Augen netter Hut der Spielkarte nach zu urteilen ist er auf der Suche nach mir jetzt haben wir Gaul schon zweimal getroffen dreimal? du hast ihn doch auch im Mausoleum gesehen erinnerst du dich an die Visionen die du hattest als du gebranntmarkt wurdest? Gaul hat im Tempel doch irgendwas gesagt erinnerst du dich noch daran? ja, ziemlich genau sogar er sagte verbunden durch die sieben die da kommen werden die Macht des einen sich erfüllen wird auf Erden prophetische Worte Gaul hat im Tempel einen der grünen Kristalle genommen wozu? was hatte er wohl damit vor? keine Ahnung aber ich könnte wetten es war etwas wichtiges okay ja, gut ähm what the hell okay seid ihr bereit? ne okay ähm auf ein neues so verdammt normal sind die bei diese Yetis aufgetaucht, ne? ein Kuduro ein Wegweiser zum Turm hmm abchecken was diese Yetis können okay hm da hält er ganz schön viel aus, ne? okay der wandert umher ja er wird um er wird fortverzerrt ah muss der überhaupt sterben? kann der überhaupt sterben? oh wir gehen jetzt mal weiter tch also irgendwie scheinen die so ein bisschen buggy zu sein, ne? hm na gut gucken wir was was hier los ist also wer jetzt? hier ähm das führt uns irgendwo anders hin hier hin? ist hier irgendwas? ne hm ja, keine Ahnung die bewegen sich auch nicht also die scheinen ich denke mal die sind irgendwie buggy diese ganze Turndimension die ist so seltsam Moment hatten wir hier eine Landkarte für den Turm? hm verdammt hm 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 gib den Befehl die Verbündeten werden sich formieren okay ja dieses ganze Turmding ist echt schräg sind wir hier da ist ein Teleporter glaube ich oder? hm scheint nicht zu funktionieren ja äh 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 wo kommen wir denn noch hin wenn wir hier lang gehen und da lang gehen gucken äh 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 okay das sieht äh gefährlich aus äh 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 oh äh fast ein bisschen zu locker genommen äh 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 erst mal ein Trinken gleich ne wenn hier noch mehr dran kommen sowieso ich hoffe das Ding führt wirklich nach oben das sieht nicht nur so aus ja 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 doch doch ok ja die ganze Sache mit den Kapiteln die wirklich so äh das Monster ist in den Turm geflohen und mit ihm unser Handel ich hab dich davor gewarnt dich mit dem Dodger einzulassen Florentin und werden wir alle dafür bezahlen hm ähm ähm ja wenn ich kapite dass sie auch so schnell vorbei sind irgendwie haben wir ja nicht wirklich irgendwas gemacht also ich denke ich denke man kann eine ganze Menge aber wie viel haben wir eigentlich noch auch noch genug eine ganze Menge Kram irgendwie ähm verpassen ja ich glaube wir können wirklich eine ganze Menge Kram verpassen beim Spielen und dann welche welche Dimension war das hatten wir das nicht irgendwo hier auch da was hat das wir wissen jetzt dass Rakaia eins von den Reichen ist die wir mit Hilfe des Turms erreichen können das Reich des Geistes und mit Hilfe von Elfstorch haben wir jetzt auch die Mittel dort hinzukommen allerdings gibt es da trotzdem noch ein Problem wir müssen den Teil des Turmes finden der uns zum Tor nach Rakaia bringt das Tor durch das wir in die Gärten gelangt sind können wir diesmal nicht benutzen dann müssen wir eben woanders suchen gut interessant äh ja das andere Ding ist ja auch noch da war ja noch so viel anderes also ja friedlich da hier der ganze Außenhof und alles bevor wir denn da in den in den Keller gegangen sind jetzt hier alles sehr seltsam alles sehr seltsam also ich glaube wirklich man kann das durchspielen ähm und und kann halt wirklich die Hälfte des Spiels irgendwie äh verpasst haben das kann man auch super in Minecraft nachbauen ne äh ja da bin ich eigentlich ziemlich von überzeugt dass man ein Großteil des Spiels wirklich verpennen kann was heißt verpennen also übersehen kann du machst halt dein Kram lalalala und hier und schon schon bist du irgendwie 10 Kapitel weiter und weiß überhaupt nicht was los ist okay okay der Garten ne ja er hätte sein könnte es halt durchgehen können hätte mich nicht gewundert oh haben wir denn für ne Karte wir werden gleich mal gucken ein bisschen Wasser okay gut ist aber schon hübsch hier also ja doch schon hübsch und und ja als Minecraft Map würde das echt gut funktionieren im Kern gibt es ja eigentlich alle Blöcke oder ähnliche Blöcke hm lustig was ist hier in der Mitte so los nichts hm Moment jetzt halt wieder auch nicht hinsetzen so ähm hm 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 gucken ist hier noch irgendwas noch mehr große Ebenen große Fleie Fleie große freie Flächen Bäume Natur alles sehr schön der Haken an solchen großen Flächen ist wenn da nichts passiert sind die entweder ein Irrgarten oder so wo sie den richtigen Weg finden irgendwelche Schalter drücken und 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 oder aber auf dem Rückweg ist da die Hölle los deswegen ist da so viel Fläche so viel so viel Platz und so viel Freiraum da können überall irgendwelche Gegner auftauchen äh was sind das hier Lumentöppel ja hm aber er sagt doch zu nichts irgendwas oh sieht vielversprechend aus was war das ich weiß nicht genau habt ihr so eine Ahnung es scheint als wären Besucher in meinem Garten wer bist du wenn sie um sich herum nicht entdecken können wie schwer es ist zu entkommen dann gehen die kleinen Sterblichen ins Netz also ein Dringlinge was wollt ihr hier ja ich habe was erforderlich ist um passieren zu dürfen ich komme in guter Absicht darüber werde ich entscheiden oh Richter und Geschworen in einem sehr richtig hege deshalb keinen Gräuel es ist meine Lebensaufgabe diesen Zweck zu erfüllen ich habe kein Vergnügen daran wir suchen einen Schlüssel wir wollen einen Mann befreien den du gefangen hältst es steht geschrieben dass jeder kommen kann um meine Spiele zu spielen doch der Einsatz ist hoch wenn du zu viele Fehler machst wenn du nicht wächst dann wirst auch du mitsamt deiner Freundin mein Gefangener sein bis zum jüngsten Gericht dann sollten wir wohl nicht zu lange zögern du sprachst von Spielen und Einsätzen was sind das für Spiele die erste Prüfung besteht darin den Ring des Geistes zu finden ohne ihn kannst du nicht in meinen Turm der Schlüssel gehört dir wenn du das Rätsel lösen kannst unter meinem Ohr vorbeikommst ohne mich zu wecken ist es der Schlüssel der Tränen ich muss wissen ob es dieser Schlüssel ist bevor wir uns der Prüfung unterziehen es gibt nur einen Schlüssel der in meinem Reich erlangt werden kann doch wisse dass seine Magie verfällt wenn er nicht zum richtigen Zweck verwendet wird er würde dann nutzlos für dich sein muss der Schlüssel zurückgebracht werden nachdem er seinen Zweck erfüllt hat nein alles was ihr braucht ist die Magie des Schlüssels das Material selbst dient nur als Behältnis so wie der Körper die Seele enthält so wirkt der Schlüssel das Wesentliche eine Stunde der Freiheit komm lass uns gehen wir haben keine Zeit mehr halt ein Junge du stolperst blicklings in mein Haus ohne alles zu wissen die erste Prüfung besteht darin den Ring des Geistes zu finden ohne ihn kannst du meinen Turm nicht betreten der Schlüssel wird dein sein wenn du das Rätsel lösen kannst dasselbe hat er uns aber eben schon erzählt das ist so flapsig zwischendurch das ist so flapsig großartig ich habe das ungute Gefühl dass die englische Version nicht ansatzweise so unterhaltsam ist ich hoffe es ist ein Labyrinth ne ja gut wir sollten gar nicht so weit hier reinrennen ähm hier ähm ähm Moment falsch hier eine Zeichnung von irgendeinem Ort einem Ort an dem wir bis jetzt noch nicht vorbeigekommen sind das nicht Sternenkarte Zeichnung eine Zeichnung von einem Schwert wie ich es noch nie zuvor gesehen habe was ist das für ein Fleck am oberen Rand nein aha aha hier ist es glaube ich oder die Frage ist ist das der Garten ach du heiliger Bim Bamme ach du heiliger da ist der Ring ähm Moment shit haha schon verlaufen Moment wir gehen nochmal zurück war das hier denn zurück hier ist ein Minecraft Block ich bin verrückt ähm was ist das denn ach so was ist das zum Teufel eine Edelstein besetzte Fleischkeule würde ich sagen keine Fragen keine Fragen na gut das heißt also wir sind hier okay wir sind da interessant gut dann gehen wir wir müssen ja mal gucken wir nehmen das Ding erstmal mit hier geht es hoch und runter dann geht es da nochmal hin ach das ist halt nervig dass wir das Ding echt immer wieder aufmachen müssen ne egal ähm okay okay dann sind wir hier raus dann gehen wir da dann ist das da oben dann gehen wir da runter bis zum zweiten Eingang würde ich sagen ne wir sind jetzt hier raus dann da raus dann runter bis zum zweiten Eingang ähm genau genau eins zwei hm Mist ah falsch bis zum zweiten Eingang wir sind hier raus eins zwei ah okay also doch bis zum zweiten naja gut also hier so padadadadadadadadadam ähm okay hier ist ohrstopp warum muss ich dabei an Odysseus denken könnte sein dass wir sie benutzen sollten damit wir etwas was wir nicht hören sollten auch wirklich nicht zu hören bekommen die sind jetzt schon riesig vielleicht sind die eher für seine Ohren gedacht nur so als Idee also von dem von dem Gott oder was auch immer hier herrscht okay gut die Ohrstopfen haben wir auch hoffentlich ist es nicht so wild dass wir die jetzt schon holen dann gehen wir wieder zurück genau wieder zurück den ganzen Tag dann hoch dann da runter runter und rum naja okay mal gucken zurück hoch glaube ich dann so Mist wäre ich mir falsch abgebogen ne ist der Haken dass wir die Map wirklich nicht so aufwuchen gerade oder laufen wir noch richtig mal gucken ne war glaube ich doch richtig ne aha wird doch richtig wird doch richtig ach so Mist ähm so Und runterfallen. Mist. Gut, dass wir gelernt haben, dass wir springen können. Auch wenn es nicht so gut klappt gerade. Okay. Hoch. Das könnte eine Panflöte sein. Da steht mir was drauf. Eine Stimme ungehört wird keinen Weg bereiten. Doch wenn ihr lieblich Klang betört, die Schranke tritt beiseiten. Ich würde sagen, das war ein klarer Hinweis. Okay, wenn sie das sagt, wird das so sein. Aber diese Minecraft-Blöcke hier, das ist super. Ja, was redet ihr? Viel zu früh. Kommt doch hier wieder zurück, oder? Das wäre doof, wenn nicht. Äh. Wahrscheinlich ist das eine ganz knappe Geschichte. Ja. Okay. Gut. Ähm. I. Wir kennen ja den Drill. So, hier. Die Reliquie. Äh, Reliquie. Mal gucken. Hier waren wir jetzt bei der Panflöte. Dann wieder hier so, so, dann da rum. Also hier. Genau. Dann nach oben. Immer am Rand entlang? Können wir theoretisch machen, ne? Glaube ich. Hier raus, denn so, zack, zack, und immer am Rand entlang. Ich hoffe, das funktioniert. Mal gucken. Ach, was hast du denn hier? So. So, so. So. Das sieht aus wie Fallen. Nein? Hm. Aha. Und, äh, jetzt? Ach so. Ah. Na gut, hätte man sehen können, ne? Ja. Ha, interessant. Aber ich glaube, ich bin... Warte mal. Ist das eine Heckenschere? Seltsam? Jetzt will ich mal kurz gucken, ob hier... Nö. Wieso? Seltsam. Nee, aber ich glaube, ich bin doch irgendwie... ...falsch abgebogen. Shit. Hm. Ähm. Ah, jetzt sind wir gleich wieder am Eingang, oder? Warte, wenn wir hier lang gehen. Ha. Oh, hier ist auch nicht schlecht. Ist auch, glaube ich, okay. Äh, dann können wir uns nochmal neu orientieren. Nein. I. Können wir uns nochmal neu orientieren hier. So. So. Also, wir sind hier rein. Dann gehen wir so, so. Und dann einfach geradeaus. Aus. Gut. Machen wir das. Das heißt also, hier rum da und dann einfach geradeaus. Dann auch links. Und dann sollte das, glaube ich, schon funktionieren, ne? Ja. Okay. Ähm. So. Okay. Dann hier auch lang. Dann müsste gleich auch eine lange Reihe kommen. Seltsam. Was ist hier los? Hm. Hm. Aha. Hier ist, glaube ich, der... Nee. Moment. Nochmal zurück. So. Einmal Karte gucken. Also, wir sind denn hier... Hier, hier... Ich glaube, hier hoch. Dann hier lang. Da sind die... Die Bänke. Okay. Wir sind also doch richtig. Hier oben lang. Und dann einmal... Hier ganz rum? Nee, warte mal. Wie kommen wir denn da in die Mitte überhaupt rein? Doch. Und dann hier in den Zickzack. Und dann kommen wir hier... Da würde ich sagen, ja, okay, gut. Also doch den... Den Weg bei den... Bei den Tischen da, äh... Bei den Bänken vorbei. Das war hier, na ja. Das war hier, na ja. So, dann hier. Hier rum. Hier runter. Hier. Sehr minecraftig auf jeden Fall, ja? Das sieht auch komisch aus, muss ich sagen. Genau, ich glaube, jetzt war es hier, durch diesen Tunnel. Und ich glaube, immer weiter nach innen, ne? Ich glaube, wir müssen immer weiter nach innen. So. Äh. Jetzt sind wir, glaube ich, zu weit. Karte gucken. Da sind die Bäume. Was ist denn mit meinem Handy los hier? Was ist denn los? Achso. Okay, nicht weiter wichtig. Ähm. Da sind die Bäume. Oh Gott, wir sind zu früh abgebogen. Also nochmal wieder kommende zurück. Hier haben wir doch jetzt noch nichts verloren. Ich will auch nicht unbedingt irgendwie ein Aufwecken oder so aus Versehen. Äh, das wäre irgendwie auch alles irgendwie ein bisschen doof. Schätze ich. So. Also da weiter. Was? Hm. Hm. Okay. Speichern. Allein schon, dass der einem das als, als Rätsel verkauft. Well. Das ist schon so eine Nummer, ne? Das sind doch keine Rätsel, ey. Das sind fiese Minispielchen. Das sind ja nicht alles. Oh. Oh. Ahahahaha. Hm. Ist das so zu sagen? Okay. Dann wir speichern. Das hier ist offensichtlich ein magischer Gegenstand. stand ich weiß nicht wozu man ihn gebrauchen kann aber er sieht jedenfalls so unvollständig aus du hast recht da war mal ein edelstein drin er ist also wirklich unvollständig ein edelstein das hier ist oft das recht vielleicht vielleicht wo ist unser grüner edelstein hier noch einen mitgenommen was ist denn jetzt hier ok was glaubst du hat es mit diesen grünen kristallen auf sich ich weiß nicht genau aber wir haben schon mal einen gesehen bei meinem vater genau diese kette um seinen hals wie er sagte der grund dafür dass er hier festgehalten wird stimmt und unabhängig davon was diese kristalle bewirken sie sind sehr mächtig teil eines ganzen und was auch immer das ganze sein mag seine macht wird nie gekannte ausmaße haben ok gut die uhrstöpsel die parenflöte ja interessant nur gut das ist aber eine miese nummer hier und dann kann man auch nicht mal richtig gucken links und rechts und hoch und runter ich muss einfach darauf hoffen dass das alles irgendwie klappt hier so nicht zieht ja gleich das schwert achso wir sind drüben haben wir denn die die ohrstöpsel jetzt noch oder haben wir sie nicht äh den ring meine ich den ring ähm mist haben wir ihn nicht ich kann jetzt so auf einem ebnen nicht sehen ne ne ähm i spiel laden so aber wir hatten doch hatten wir nicht wir haben nicht gespeichert dass wir da drüben waren dumm ah mist naja gut wird schon schief gehen natürlich wird es das huah so jetzt aber zack ich hätte schwirren können wir eben gespeichert aber wahrscheinlich wollten wir das und der dann habe ich den ring gesehen und mir gedacht machen wir gleich hören wir uns erstmal was der ring zu sagen hat oder sowas und da ist das unheil passiert das unheil achso kommst du her das wäre voll schnieke von dir bitte so vielleicht sollten wir jetzt trotzdem mal speichern weil wir hier drauf sind einfach um 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 den weg äh zu sparen wenn wir ertrinken sollten wieder blub 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 ok äh 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 das zeitfenster da ist wirklich sehr gering ne äh äh jetzt aber ach ja äh 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 was nein oh 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 ah 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 ehrlich jetzt das ist für ein Mist das ist für ein Mist das ist für ein Mist Was ist denn, wenn wir springen und uns dadurch vielleicht retten? Nee. Scheibenkleister. Oh, da ist eine Treppe. Oh Gott, da ist eine Treppe. Oh. Was? Was? Oh. Da war mein Arsch. Auf Grundeis gerade. Ja. Achso. Oh. Warte. Uh. Okay. Das war ja echt etwas problematisch gerade. Gut, dass da die Treppe war. Oh. Da speichert das Spiel also meine Position, aber nicht die Position der Plattform, die sich bewegen. Mieses Ding, ey. Wahrscheinlich nicht mal unbedingt beabsichtigt, aber aufgrund, ja, der Programmierung und sowas einfach so ein... Ja, was passiert halt einfach. Der Weg steht euch offen. Träger des Rings. Hm. Das ist ein großer Löwe drin. Nein, stimmt, Adam. Ein Razor und Schöp haben wir schon verloren. Äh. Ist das Razor? Shit. Oh. Shit. Oh. Warte mal. Vielleicht... 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 Ähm... Können wir Panflöte spielen oder sowas? Wo haben wir denn das Ding? Ohrstöpsel? Nein. Schau mal nicht. Oh. Oh. Die Fleischkeule, natürlich. Ah. An das Ding hab ich gar nicht mehr gedacht. Die Fleischkeule, ach. Gut. Gut. Echt gut. Hm. 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 Oh, schade. Können wir nicht ganz zueinander, ne? Äh, äh. Gut, okay. Mal sehen. Denk dran. Wir dürfen Rachel nicht aufwecken. Hm. Hm. Was? Vorsicht, Adam. Eine falsche Bewegung. Und die Glocke fängt an zu bimmeln. Oh. Die sind doch alle wahnsinnig, ey. Äh. Aha. Ähm. Okay. Ich versuche gerade den... ...großen Zahnrädern auf dem Fußboden auszuweichen. Ich weiß nicht, ob die... ...ob die Auslöser sind. Oder so. Oder nicht. Ja, die halt, ne? Okay. Okay. Ist hier rüber. Dann hier rauf, schätze ich. Dann hier rauf. Was ist das hier? Okay. Hätte sagen können, dass das Ding jetzt voll auslöst. Ist ja nicht so, dass ich das mit Absicht mache. Ich versuche gerade eine falsche Bewegung. Und die Glocke fängt an zu bimmeln. Oh, das ist jetzt nicht gut, die Tate. Wenn sie losgeht, haltet ihr die Ohren zu. Das dürfte laut werden. Moment. Okay. Oh, dieses Gehämmer. Oh, was ist das? Wollen wir das übersehen? Oh, shit. Probieren wir was machen? Nö. Oh, Moment. Oh, dieses Kloppe macht mich auch ganz irre hier einladen. Egal. Ja, gut. Wir gehen zurück. Wir geben dem Hund die Keule. Genau. Dem Wolf. Dem Löwen. Dem Hund, dem Wolf, dem Löwen. Halt. Da rein. Mist, ich würde das gerne noch zu Ende machen, die Prüfung. Aber ich will auch noch streamen und es ist gleich schon halb neun. Nö. Ja, aber guck mal. Der Weg steht euch offen. Träger des Rings. Wo ist da eigentlich die Fleischkeule? Ist die hier irgendwo? Hier? Da. Aha. Gut. Das funktioniert also sehr gut. Wir gehen jetzt in die andere Richtung. Aber das führt wahrscheinlich alles dahin. Wo ging es hier hin? Hm. Okay, okay. Gut. Äh, glaube ich. Achso, dann kommen wir wieder raus. Naja, ja. Ähm. Sind wir so einmal im Kreis gelaufen? Interessant. Wir kommen auch wieder dahin. Naja, gut. Ähm, ja. Also müssen wir doch wahrscheinlich erst mal durch den Glockenraum durch. Wenn ich das richtig verstehe. Was hier lang? So. Ähm. Irgendwo hier war das doch gleich, ne? Da geht's hier um Mist. Äh, 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 äh. Äh, äh, äh. Tammig. Was hier? Das gibt's doch nicht, ne? Jetzt find ich den Raum nicht mehr. Hm. Schräg. Wollen wir hier lang gehen? Oder war das hier? Hier lang jetzt? Ne, hier ist der... Ich find den Raum nicht mehr. Das kann's doch nicht sein. Eben hab ich den Raum nicht mehr. Eben hab ich den da auch gefunden. Ich hab ich den Raum nicht mehr. Ich hab was falsch gemacht. Ne, eigentlich nicht, ne? Hm? Hä? 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 Wir sind hier gewesen. Und dann sind wir... Hier lang? Und dann... Hier weiter? Hier runter? Hier runter? Das kann doch nicht wahr sein. Wo ist denn der Raum jetzt? Wo ist denn der Raum jetzt? Bisschen doof? Hä? Jetzt hab ich irgendwas... Jetzt hab ich irgendwas übersehen würde gerade. Aha. Okay. Denk dran. Wir dürfen Racial nicht aufwecken. Gut. Spiel speichern. Zack, zack, zack. Äh. Alles gespeichert? Mist. Spiel speichern. Dass es da keine Bestätigung gibt, ne? Ähm. Okay, gut. Mal schauen. Das sind so Maschinen hier. Vorsicht, Adam. Eine falsche Bewegung. Und die Glocke fängt an zu bimmeln. Das ist ja immer, wenn man auf dem Boden aufsteht. Also muss man den Sachen gar nicht... gar nicht ausweichen oder so. Aha. Oh, ne miese Nummer da. Was passiert? Jetzt. Okay. 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 Hmm. 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 So, jetzt müssen wir da irgendwie rüberspringen. Äh, mal speichern. Dann wollen wir hier. Ist ja auch so ein bisschen tricky hier. Wieso nicht? Ah, Mensch. Wieso muss man eigentlich immer erst hier rein? Also so auf jeden Fall. So auf jeden Fall nicht. So, genau. Ah, so auch nicht. Ich drücke mal Escape. Weil ich das so gewohnt bin. Ah, das ist aber auch ein Fremelkram hier, ne? Mann, Mann, Mann. Einladen. Äh. Ha, wirklich, ehrlich. Vor allen Dingen, dass man auch keinen richtigen Blick hier hat irgendwie. Wenn man da nach unten schaut oder sowas. So. Speichern. Immer wieder speichern hier. Ich weiß ja überhaupt nicht, was passiert, ne? Hm. Mit dem jetzt hier rüber? Schätze ich? Okay. Ich würde sagen... Aha. 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 Mhm. Okay. Ähm. Speichern. Entschuldigung. Erstmal gucken wir, ob wir die Tür einfach so öffnen können. Kannst du Noten lesen? Ja. Sieht mehr aus wie eine Fanfare als eine richtige Melodie, wenn du weißt, was ich meine. Es lohnt sich keinen Millimeter. Okay. Die lohnt sich nicht. Das ist hier. Das sieht böse aus. Bin ich das oder bewegt sich die Tür? Also du bist es nicht. Sieh doch mal. Der Mund bewegt sich. Halt's! Träger das rein! Tricks. Du sollst wissen, um Zutritt zu erlangen, musst du mir die richtige Losung sagen. Doch sei auf der Hut! Ich komm schon wieder nochmal wieder. Okay. 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 Wer weckt mich denn hier? Ah, Junge. Sohn des Adam. Trotz all der Warnungen hast du also meine Gesetze gebrochen. So sei es denn. Während deine Seele hier im Turmschmord wird deine Welt da draußen untergehen. Das ist deine Strafe. In Gewahrsam mit dir. Okay. Okay. Gut. Das ist, äh, ja. Direkt. Das könnte eine Panflöte sein. Das könnte eine Panflöte sein. Da steht etwas drauf. Meine Stimme ungehört wird keinen Weg bereiten. Doch wenn ihr lieblich Klang betört, die Schranke tritt beiseiten. Ich würde sagen, das war ein klarer Hinweis. So. Bingo. Wirklich schön war das nicht. Dem Geruch nach würde ich sagen, dieses Fläschchen ist mit Öl gefüllt. Wir können es bestimmt für irgendwas gebrauchen. Eine Brille. Auch hierbei ist Magie im Spiel. Hat wohl mit der Sicht zu tun. Okay. Da ist nichts versteckt. Nein. Hä? Hä? Ähm. Die Brille. Wo ist sie denn jetzt? Äh, ganz schön wild hier, ne? Ganz schön wild. Wo ist die Brille? Hm. 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 Aber wo ist die Brille? Hier ist sie auch nicht. Hm. Wahrscheinlich haben wir die jetzt einfach direkt. Das kannst du natürlich haben. Äh, äh, äh. Okay. Können wir das vorher schon sehen? Hm. Hm. Gute Frage. Oha. Da gehen Lebensmutter flöten. Ähm. Hm. Hm. Hm, 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 hm. Nochmal, äh, speichern. Hm. Mal gucken. Quietscht der Fußboden hier denn immer? Irgendjemand trampelt da in meiner Halle rum. Was liegt denn hier? Ah, Junge, oh scheiße. Abgeschlossen. Okay. Also da können wir noch nicht rein. Ähm. Da können wir noch nicht rein. Ah. Dieses Geräusch scheint von der Statue da zu kommen. Sie sieht aus wie ein Bild, das ich mal in einem Buch über Odysseus gesehen habe. Ah. Ich weiß aber nicht, was es war. Ah, 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 ah. Wo sind die? Ohrstopfen. Warum muss ich dabei an Odysseus denken? Hm. Würde es sein, dass wir sie benutzen sollten. Ja, ja, ja. Oh. Es sieht voll komisch aus. Okay. Sie sieht aus wie ein Bild, das ich mal in einem Buch über Odysseus gesehen habe. What? Ich weiß aber nicht, was es war. Willkommen. Ein Schlüssel. Widerspeichern. Gut. Ein Schlüssel also. Widerspeichern. Tja. Ohrstopfen. Was? Achso. Ne. Na ja, gut. Ähm. Ja. Ohrstopfen. 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 Da steht die Eishalle. Oh Mann, ist das kalt hier. Finden wir Lebenspunkte? Ah, der Boden knarzt. Da liegt jemand, Tante da in meiner Halle rum. Es ist der Sohn des Gehr, der wir mitten hier. Ah, Junge. So Scheiße. Hm. Okay. Okay, okay. Also da sind wir noch zu früh. Okay, was ist hier los? Ich musste das ausprobieren. Können die alle umfallen? Der Bruder hat auf meine Gesetze gebrochen. So sei es. Während deine Seele hier im Turmschmord... Oh Scheiße. Ich muss ja sagen, wo sind sie denn? Ja, okay, gut. So ein Mist. Oh! Shit! Ja, ja, ist ja gut. Nee. Warte. Der. Ja. Okay. Sieh die Himmelsbrücke liegt, die unsere Herzen und Augen öffnet. Okay. Ein Stern. Der oberste Punkt ist rot gekennzeichnet. Das muss ein Hinweis sein. Ein Stern. Das muss ein Hinweis sein. Das sieht ja toll aus. Entzückend. Da sind Edelsteine an dem Fenster. Wie dekadent. Vielleicht gibt's einen Grund dafür. Hm. Okay, okay, ja. Nehmen wir jetzt mal alle raus. Das ist ein Edelsteine an dem Fenster. Ein Stern. Das ist ein Hinweis. Das muss ein Hinweis sein. Ein Stern der Osterpunkt ist... Warte mal. Ähm. Das sieht ja toll aus. Entzückend. Das sind Edelsteine. Vielleicht gibt's einen Grund dafür. Nein. Das sind keine Edelsteine. Die hab ich nämlich rausgenommen. Ähm. Bärenstein. Edelstein. Farbiger Edelstein. Ähm. Hm. Okay. Interessant. Äh. Der oberste Punkt ist rot markiert, ja. Ein Stern. Das muss ein Hinweis sein. Das muss ein Hinweis sein. Können wir denn da irgendwas machen? Was... Ach, das ist der Rote. Okay, gut. Ich glaube, das ist ein Granat. Ein Glas Silikat Mineral. Ja, ja. Schon gut. Äh. Äh. Ein Stern. Das muss ein Hinweis sein. Können wir da oben reinpacken? Das sieht ja toll aus. Entzückend. Das sind Edelsteine an dem Fenster. Vielleicht gibt's einen Grund dafür. Ah. Da ist nichts drin. Da passt bestimmt irgendetwas rein. Hast du so etwas? Vielleicht. Da passt bestimmt. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Da ist nichts drin. Nein. Der nicht. Vielleicht. So auch nicht. Da passt... Hast du so etwas? Hast du so etwas? Also ich hätte erwartet, dass der jetzt vielleicht doch da reingehört. Da passt... Hast du so... Hast du so etwas? Aber schau mal, nein. Hm. Äh. Hohoho. Das ist ganz schön. Ganz schön mächtig, ey. Meine Güte. Hm. Oh. Shit. Ah. Jo scheiße. Ah. Ah. Immer den Fall schon wieder einladen. Gut, eine Nummer machen wir hier noch. Also wir versuchen das nochmal hier. Das war hier mit dem Buch. Ist das immer der Stapel? Oh scheiße. Ist das immer der Stapel? Mal gucken. Spiel laden. Äh, hier, YouTube. Ist das immer derselbe Stapel im Umfeld? Ja. Können die auch umfallen? Stimmt, ne? Hm. Oh scheiße. Was hab ich denn da eigentlich bekommen? Was ist das? Ein Pergament. Da steht was drauf. Sieht nach was Neuem aus. Was? Geist? Tot. Moment. Wo ist denn? Halt's, Tränen. Ähm. Was hältst du davon, Rebecca? Naja, wir sind in Rakaia und wir suchen den Schlüssel der Trennen. Wie wär's also mit Racel, Rakaia oder Schlüssel der Trennen? Vielleicht sollten wir auch später nochmal zurückkommen. Du entscheidest. Tür, mit der Losung der Überlieferung, Rakaia, gebiete ich dir zu öffnen. Träger des Rings, die Logo war falsch. Du warst gewarnt. Irgendjemand trampelt da in meiner Hand rauf. Sei still, Adam. Wenn Racer uns hört, haben wir schon verloren. Ähm. Das ist er auch nicht. Hier war das mit dem Eis. Da kommen wir auch nicht weiter jetzt, ne? Wir können auch mit dem... Mit dem... Wo würde mich das... Äh. Hm. Das verdammte Buch, ne? So was Idiotisches. Wer würde denn Bücher jemals so stapeln? Ich weiß nicht. Jedenfalls sehen sie aus, als ob wir jeden Moment runterfallen würden. Können wir den ja nicht mitnehmen, da? Ne. Oh, Scheiße. Es ist immer... Immer der reine Stapel da, der oben fällt. Wie können wir das ändern? Du, wirst es. Du. Können wir irgendwas anderes hier machen? Vielleicht. Öl draufschütten? Weiß ich nicht. Wo ist es denn da? Fläschchen. Ich weiß nicht. Jedenfalls sehen sie aus... Ich weiß nicht. Jedenfalls sehen sie aus, als ob sie jeden Moment runterfallen würden. Wo ist es denn hier? Ah, Junge. Oh, Scheiße. Hm. Noch bei dem Eis da hinten. Wollen wir einfach vorbeirennen? Wo ist es denn hier? Ah, Junge. Vielleicht nicht immer noch schlecht. Oh, Scheiße. Hm. Hm. Da können wir auch nicht... Oder... Können wir hier den... Das der... Nein, nein, nein. Warte. Ähm. Da. Der Boden sieht irgendwie merkwürdig aus. Findest du nicht auch? Ja. Ich kann aber nicht genau ausmachen, was es ist. Der Boden läutet... Möglicherweise... Der Boden läutet, wenn wir ihn betreten. Möglicherweise ist es ein Nightingale-Boden. Die verschiedenen Bretter verursachen unterschiedliche Töne. Kommt aus Japan. Okay, ähm... Aber... Irgendjemand trampelt da in meiner Halle rum. Es ist der Sohn des Adam. Der weckt mich. Das ist... Mh. Ach, ne, ist doch die. Da ist echt eine harte Nuss hier, ne? Das ist echt eine harte Nuss. Hier war der, ähm... Ach, da war das, genau. Hm. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Das ist ja noch abgeschlossen. Da kommen wir sowieso nicht rein. Ah, Mist. Da kommen wir sowieso nicht rein. Ähm. Hier war das mit dem Edelstein. Aber das scheint auch noch nicht so wichtig zu sein. Hier war das Ding. Wo war das Eis? Hier? Ja. Oh Mann, ist das kalt hier. Hm. Hm. Irgendjemand trampelt da in meiner Halle rum. Es ist der Sohn des Adam, der weckt mich denn hier. Ah, Junge. Oh Scheiße. Was haben wir denn bekommen? Was ist das? Ein Armreif. Hm. Hm. Ah. Ärgerlich. Was war da denn eben? Hm. Hier, das ist, ähm... Hm. Nein. Also... Ja, ich habe grobe Ideen. Aber ich glaube, ich muss da echt nochmal... War hier das Eis? Nee, ich verwechsel es. Aber woanders ist das Eis. Ja, auch nicht. Hier, direkt unter dem... Ja. Oh Mann, ist das kalt hier. Irgendjemand trampelt da in meiner Halle rum. Wer setzt mich denn hier? Oh Scheiße. Ah! Nee. Nee. Also ich habe grobe Ideen. Aber irgendwie... Aber irgendwie... Ich komme momentan noch nicht so... Was ist da los? Okay, schon gut. Ich komme momentan irgendwie nicht so richtig, äh... Richtig voran da. Hm. Also wie gesagt, ich habe Ideen. Ich habe Vermutungen. Aber ich muss echt mal gucken. Ähm. Hm. Muss ich wohl noch mal ein bisschen in mich gehen? Um... Um da... Darauf zu kommen. Weil es sind ja Rätsel halt. So. Aber ich denke... Wir kriegen das noch hin. Wir werden das noch schaffen. Irgendwie. Hm. Ich meine, das Ding haben wir auch geschafft. Letztendlich, ne? Auch weil es alles ein bisschen sehr wild ist hier. Hahaha. Das sieht aus, als ob da irgendwie... Hm. Kristall oder so reinkommt, ne? R... O... V... B... G. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Was ist... Was ist das hier? Farbiger Edelstein? Ne. Oder? Ah. Ah. Ähm. Ja. B ist Blue. Können wir die denn da wieder einsetzen? Das sieht ja toll aus. Das sind Edelsteine an dem Fenster. Vielleicht gibt's ein... Das sieht ja... Das sind Edelsteine an dem Fenster. Ich hätte gedacht, wir können die wieder einsetzen. Wie dekadent. Vielleicht gibt's einen Grund dafür. Aha. 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 Gut. Moment. Das ist so wackeln muss, wenn man da so hoch guckt, ne? Sorry. 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 Okay. Gut. Ähm. Oh Gott. Da muss natürlich der Rote hin. Ähm. Der. So. Meine Güte. Das ist ja... Das ist ja tierisch nervig. Gerade vor allen Dingen, wenn man so nach unten gucken muss hier die ganze Zeit. Blue, würde ich sagen. Oder ist das... Hm. Das könnte auch violett sein, ne? Oder? Na, aber gucken. Yellow. Da. Äh. Orange. Uh. Ja. Orange. Da. Was haben wir noch? Ähm. Äh. Die? Das ist nicht so ganz richtig. Ne. Weil ich glaube auch eher, das ist blau. Farbe Edelstern. Ja. Ähm. Den war eher da. Das sieht eher nach lila aus. Da. Den. Ah. Okay. Gut. Ein Farbencode. Sind das nicht die Farben des Regenbogens? Genau. Alle sieben. Okay. Ich weiß noch nicht genau, wie uns das jetzt weitergeholfen hat. Aber in irgendeiner Form hat es das. Ähm. Dass man das auch immer alles suchen muss hier wieder. Wo ist denn das Ding jetzt? Da ist der Ring. Ist genauso weg wie die Brille, ne? Das irritiert mich auch. Ungemein. Hm. Farbencode. Okay. Ein Farbencode. Sind das nicht die Farben des Regenbogens? Genau. Alle sieben. Hm. Sag ich nicht, es war dazu, ne? Okay. Jetzt haben wir also einen Schlüssel. Ja. Da ist nichts drin. Da kann ich doch nichts machen, ne? Da passt bestimmt irgendetwas rein. Hast du so etwas? Ich werde mal speichern. Ah. Oh, war doch mal abgeschlossen, ne? Was heißt? Haha. Mist. Mist. Da habe ich echt noch keine Ahnung, wie das funktionieren soll jetzt mit dem. Ist, glaube ich, völlig egal, wo wir hintreten. Irgendjemand hat gesagt, der weckt mich. Ähm. Ähm. Da sind sie. Ich hatte mich gewundert. Ich denke so, hä? Wo sind sie nur? Ja, ähm. Hm. Also, wir sind ein Stückchen weitergekommen noch. Mit dem Schlüssel können wir ja scheinbar diese Tür aufmachen, wenn ich das jetzt richtig gesehen habe, weil vorhin nicht gesehen habe. Weil vorhin ging sie ja nicht auf. Aber. Ha. Ja. Wie, wie jetzt? Also, wir müssen irgendwie... Hm. Ich denke, wir brauchen den Zettel aus dem Büro, da, wo die Bücher umfallen. Ja, da, wo die Bücher umfallen. Wir leben noch. Wir leben noch. Jetzt nicht mehr. Warte mal. Also, wenn wir uns... richtig in Reihen drücken... Können wir das denn überleben? Ich meine, es ist wahrscheinlich nicht so gedacht, aber... Sei still, Adam. Wenn Rachel uns hört, haben wir schon verloren. Ah. Shit. Oh, scheiße. Oh. Verdammt, die bleiben da, die Typen, ne? Kann das sein? Die gehen nicht wieder weg, oder? Ne, tun sie nicht. Hm. Ach. Ne. Beim besten Willen. Ich... muss da echt nochmal in mich gehen. Also ich hab da jetzt noch keine Ahnung, wie das weitergehen soll gerade hier. Aber wie gesagt, wir werden das schon noch rausfinden. Das wird sich alles irgendwie aufklären und dann werden wir sagen, so war das. Cool gemacht. Oder irgendwie sowas. Irgendwas in der Richtung werden wir sagen. Wenn es soweit ist. Und das wird nämlich in der nächsten Folge sein. Nicht mehr in dieser hier. So, und darum. Achtung. Alles wird dunkel. Und da sind wir auch schon wieder. Puh. Also heftiges Ding. Fast zwei Stunden. Alter Walter. Oha. Das kam mir gar nicht so lange vor. Aber ja, doch. Es sind fast zwei Stunden jetzt. Meine Güte. Haben wir doch einiges, einige Zeit aufgehalten da in diesem Garten. Verdammte Prüfung, ne? Aber gut. Dafür war es aber eine, in Anführungsstrichen, ziemlich entspannte Folge. Eine Rätselrate-Folge halt. Irgendwie so. Äh, nicht schlecht, nicht schlecht. Interessant. Haben einiges geschafft. Ähm. Mal gucken, wie das weitergeht. Das ganze Drama da. Wenn ihr dabei bleiben wollt. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht. Ob wir die Rätsel lösen. Und wie denn letztendlich die Lösung der ganzen Geschichte ist. Ähm. Abonniert unseren Kanal. Drückt die Glocke. Lasst ein Like da. Kommentiert. All sowas. Dann kriegt ihr auf jeden Fall immer Bescheid. Und wir freuen uns darüber. Und ihr freut euch. Weil wir uns freuen. Und jeder freut sich. Das wäre echt voll schön. Also, ne. Kanal abonnieren. Glocke drücken. Und all den ganzen Schüssel. Schönes Ding. Dann. Wird am Ende des Videos eine Playlist angeblendet. Plus. Unten der angepintete Kommentar. Ist auch, äh. Mit dem Playlist-Link. Da könnt ihr nochmal alles sehen. Was wir bisher in unserem Horrorhaus da erlebt haben. Was für eine abgefahrene und schräge Reise das bisher war. Also. Bssst. Ne. Das trifft es wirklich ganz gut. Völlig schräg. Völlig schräg. Meine Güte. Gerade in den letzten Episoden ist das völlig durch die Decke gegangen. Meine Güte. Wildes Ding. Ähm. Könnt ihr da alles verfolgen. Und wenn ihr eh schon da seid. Könnt ihr auch nochmal schauen auf unsere anderen Playlists und Videos. Weil da findet ihr auch alles mögliche. Minecraft. Multiplayer. Und Solo. Äh. Terraria. Ähm. The Messenger. Command & Conquer Remastered. Etliches. Doom. Doom Eternal. Diabolo. Ich glaube ja für jeden wird da was bei sein. Einfach mal reinschauen. Und. Ähm. Dann könnt ihr uns noch folgen. Auf Slash Blood & Brain. Facebook. Twitter. Twitch. Instagram. Überall da. Und da findet ihr neben den Infos zu Blood & Brain Digital. Halt auch Infos zu Blood & Brain Allgemein. Und das sind nämlich Totenschatter Voodoo Heads. Unsere beiden Kartenspiele. Ähm. Dabei bekommt ihr den Fotos zu sehen. Wenn wir auf Messen sind. Ihr bekommt Videos zu Demorunden zu sehen. Äh. Infos über Content der erscheint. Und und und. Ne. Also eine ganze Menge. Drumherum auch. Äh. Und wir sehen uns dann wieder bei. Entweder im Stream. Irgendwie. Jetzt so spontan am Samstag. Mal sehen. Das ist ja immer so der Joker Tag. Wo wir irgendwie irgendwas machen. Oder auch gar nichts. Oder Stream oder so. Das ist immer halt ganz spontan. Ähm. Also entweder bei dem Stream. Freitag. Und wir machen hier unserem Horrorhaus weiter. So. Endet war der Ablauf der nächsten Woche. Ne. Ist also eine Menge zu gucken. Unterwegs. Und ja. Wir freuen uns über jeden Zuschauer. Jeden. Der. Ja. Sein Spaß daran hat. Was wir hier so machen. Und ich würde mal sagen. Danke fürs Zuschauen. Reingehauen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.